Profispieler Patrick Dickmann stellt sich der Herausforderung in der Brettspielvariante Arena of the Planeswalkers. Denn am Ende kann es nur einen Sieger geben. Arena of the Planeswalkers ist das erste Brettspiel im Magic-Universum. Jeder Spieler übernimmt die Kontrolle über einen Planeswalker und dessen Armee. Die einzelnen Planeswalker verfügen über sehr unterschiedliche Zauber- und Fähigkeiten-Sets. Diese können zum Teil offensiv ausgerichtet sein oder auch Manipulationen abzielen. Das heißt, zuallererst sollte ich mich fragen, welchen Stil ich überhaupt verfolgen möchte. Sind die Seiten gewählt, kann das Spiel beginnen. Jeder Zug besteht aus bis zu fünf aufeinanderfolgenden Aktionen. Neben normalen Angriffen und Charaktereigenschaften spielen vor allem die jeweiligen Zauberkarten der Planeswalker eine entscheidende Rolle. Es gibt zwei verschiedene Arten von Zauberkarten. Es gibt Hexereien, die einen direkten Effekt auslösen. Und es gibt Verzauberungen, mit denen ich den Zustand meiner Armee beeinflussen kann. Und wer sich schon ein wenig im Magic-Universum auskennt, wird sicher sehr viele Karten wiedererkennen können. Zauber sind das entscheidende Element, um den Gegner zu schwächen und die eigenen Truppen zu stärken. Verzauberungen können Charakterwerte verbessern oder gegnerische Angriffe abwehren und verschaffen einen deutlichen Vorteil im Kampf. Ich würde anfänglich nicht meine komplette Armee beschwören, da pro Spielzug nur eine Armeekarte ausgewählt wird und man mit ihr agieren kann. Mein Planeswalker beschwört meine Truppen. Dementsprechend macht es Sinn, flexibel zu bleiben, den Planeswalker zunächst in eine günstige Position zu bringen und dann den Rest meiner Armee aufzustellen. Sobald sich eine gegnerische Figur in Reichweite befindet, kann schließlich angegriffen werden. Schaden und Verteidigung werden mit Würfeln ermittelt. Wird ein Planeswalker besiegt, endet die Partie. Doch unzählige Spielvariationen für bis zu fünf Spieler und zusätzlich erhältliche Erweiterungen locken immer wieder zurück. In die Arena of the Planeswalker. DET-TIT-Z Tut, dass sich пож IS ermittelt. EDWARTERS DET-TIT-Z Vielen Dank.